Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Path of Exile. Okay, äh, ja. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Wieso war mir irgendwie klar, dass die jetzt alle von ihrem Sockler runtersteigen? So, das ist ja also die Grand Arena. Ich habe ein bisschen Angst. Also wahrscheinlich ist das hier nämlich noch gar nicht die Arena, sondern nur so der traurige Gang dahin. Und ich werde dann, ja, sag ich ja, hier gleich total niedergemacht. Ach, zum Glück sind das im Moment alles nur normale Gegner. Das geht erstaunlich gut. Aber hier kommen bestimmt noch gleich irgendwelche wild gewordenen Named Mobs und da hauen wir volles Hund aufs Maul. Okay, da komme ich noch nicht raus, aber dann am Ende wahrscheinlich. Hoffentlich, falls ich hier lebend rauskomme. Kurz mal den Golem nachkasten. Es war so klar. War nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Champion Packs auftauchen. Aber solange die nur quick sind und... ...reinen physischen Schaden machen, kann ich damit sehr gut leben. Ist das eigentlich dieses blaue Zeug auf dem Brunnen? Sind das Steine oder ist das... ...irgendwelche Papierschnipsel oder Blütenblätter oder irgendwie Konfetti, was die hier runterwerfen? Ich weiß es nicht. Da liegt ein Kistchen und da drin ist... ...ein unnützer Bogen. So, wo ist hier der nächste Spaß? Hier. Okay, hier ist immer noch nicht offen. Das heißt, irgendwo kommt auf jeden Fall noch was. Hier ist noch eine Kiste. Dual Strike. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber nehmen wir mal mit. Also, da komme ich ja her. Da muss ich jetzt wahrscheinlich nicht hin. Hier ist nach wie vor dicht. Ah, jetzt? Okay. Was auch immer. Das Ding läuft gleich nochmal wieder. Das ist ganz schön. At age 13. Carving knife in hand. I killed beasts. For the amusement of the filthy. At 15. They thought me worthy to fight a fellow man. A butcher he was. Twice as big and twice as stupid as I. I butchered the butcher. And many like him. Earned my way, kill by kill. Out of the awful pit. And into the grand arena. I thought I would find wealth and glory in the arena. I was wrong. I found something for Arbor precious. My lady Mervé. Ja, die wir ja auch schon dezent am Ende des ersten Aktes beseitigt haben. War doch im ersten Akt, oder? Ich glaube ja. Die brauche ich leider noch gar nicht, weil ich nämlich eh noch keine Maps habe. Ach, und da geht es schon wieder in die Arena. Wie viele von diesen Arenen gibt es denn? Jetzt starten wir wenigstens gleich mit Champion Packs. Okay. Sparen uns das ohne zu vorgeplänkeln. Geben die eigentlich alle XP? Ja, sehr schön. Oh Gott, lame Helions. Wo kommen die denn jetzt hier? Oh. Ihr könnt alle gern durch diesen kleinen schmalen Durchgang kommen. Das finde ich sehr angenehm. Macht gerne weiter so. So, wo ist denn hier eigentlich der Ausgang? Oh. Kommen wir also zu den Rare Viechern, ja? War ja auch nur eine Frage der Zeit. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, weil das hier gerade einigermaßen akzeptabel läuft. Ich warte immer noch auf das Vieh, mit dem ich, also wo ich halt denke so, boah, ja, das wird schon. Und dann macht das einmal so bzzt und dann hier ein kleines Häufchen Staub. Okay, da ist auf jeden Fall der Ausgang. Und ja, alles ist auf 22 runter. Welches Level hat denn das? Sieben hat es jetzt, okay. So nicht... So nicht... Ich war ja nicht Astro, ich wollte mal kurz sagen, wie war das denn, so ein Rare Typ? Du hältst ganz gut was aus, aber du hast doch extra Life. Und jetzt hast du extra... Jetzt hast du plus eins tot am Boden liegen. So, ich hätte ganz gern meinen Golem wieder. So, es sieht ja fast aus, als wäre es das halbwegs gewesen. Mach hoch die Tür. Jawohl. Wahrscheinlich direkt in die nächste Arena. Aber eigentlich ganz angenehm, dass sie so ein paar kleine Passagen dazwischen gepackt haben, anstatt jetzt ein 20 Minuten Arena-Kampf dazwischen zu hauen oder da rein zu hauen. Das wäre auch ein bisschen anstrengend gewesen. So, ich will eigentlich nur gucken, wo ich hier weiter muss. Ob hier, okay, oder... Okay, zwei Arenen, ich bin verwirrt. Okay, zwei Arenen, ich bin verwirrt. Und ich weiß, sie sah mich auch. Ich bringe meinen� Zweigen auf Thrones. Und ich besuche das Mann mit seinem eigenen Dagger. Hatte ich immer überwaten. Ich bin der Primal Instinton zu töten oder zu töten. Jetzt die Krieg wurde über etwas anderes. Glück. Still, eine bessere Zeit-Love-Storein-Than-Twilight. Oh, hi! Musst ihr direkt neben dem Eingang parken? Na, nicht doch. So, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt auch langsam mal die letzte Arena ist, weil so netti sind, brauche da jetzt nicht irgendwie so 10 Stück nacheinander, so 3 reichen eigentlich. Na, hier noch was Nettes? War es das schon? Wäre ja mal eine äußerst kurze Runde gewesen. Na, hätte mich auch gewundert. Geht's hier überhaupt irgendwo raus oder muss ich wieder zurück? Bin ich hier in der falschen Arena? Ist das so eine... Ach, der geht hier nochmal rein, Arena? Ja, dann gehe ich doch wieder zurück. Pff. Dann... Gehen wir halt hier lang. Hi! Kannst du... Ich bitte ganz kurz in Ruhe lassen. Das wäre okay. Ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen die Umgebung aufräumen. Und mich dann näher mit dir beschäftigen. Aber das ist offenbar keine Option. Schön. Dann nicht. Andererseits... Wollte ich gerade sagen. Andererseits bist du jetzt auch schon wieder weg. Aber Moment, du warst gar nicht der... Ich würde sagen, ihr seid mehrere, ne? Und Mr... Oberknispel kommt in Wirklichkeit erst noch, befürchte ich. Ich gucke aber mal ganz kurz, was wir hier so haben. Spelldamage, Spelldamage, Firedamage... Physicaldamage... Ne. Weiß ja noch nicht. Muss ich mir bei Gelegenheit angucken? Was habe ich hier drin? Vitality benutze ich eh nicht. Okay. Äh, kurz gucken. Ja, wo haben wir denn... Hier im Irgendwo Ort. Ne, mache ich leider weniger Schaden mit. Bedauerlich. Crimson Jewel. Kannst du was? Increased physical weapon damage. Ja... Ne. Danke fürs Gespräch. Aber nein. So, das war ja doch noch lange nicht alles, oder? Vielleicht checken wir gleich noch ein Level auf, bevor Mr. Obermobs ankommt. Das wäre natürlich auch ganz nice. Die Frage ist, ob wir dann noch die Ruhe zum Leveln haben, also zum Skillpunkt ausgeben. Aber ich sehe... Ja, mal gucken. Lass dich überraschen. Ach, hier geht's auch nochmal raus. Ja, okay. Dann ist das also auch noch gar nicht die letzte. Dann ist ja alles schön. Dann, äh... Leveln wir doch jetzt. Gehen wir gleich nochmal an die Passage. Ich kann sagen, ob ich die jetzt noch umhau oder nicht, ist auch egal. Aber dafür hat sich schon fast gelohnt. So. So, ich muss eh nach oben. Will ich das hier noch vorbeinnehmen? Erstmal noch Maximum Life oder Elemental Damage? Wir gehen mal hier lang. So, nachdem wir jetzt schon irgendwas von wegen Ah, wirst du die Krone erringen können, äh, erzählt. Ich habe Hoffnung, dass wir gleich in die letzte Arena kommen. Ah, schmeizt. Ah, schmeizt. Ah, schmeizt. Schmeizt. Ah, schmeizt. Ah, schmeizt. Ah, schmeizt. Ah, schmeizt. Ah, schmeizt. Ah, ich bin gespannt. Ich glaube, ich darf hier auf jeden Fall nicht so lange auf der Stelle stehen bleiben. Und ich brauche auf jeden Fall meinen Golem, um ein bisschen Agro zu ziehen. Sonst habe ich hier nämlich Probleme. Wow. Oh. Hallo. Golem, bitte danke. Alter, der ist nicht ohne, der gute Herr. Aber könnte ganz gut machbar sein. Mal gucken. Damit kann ich leben. Du nicht so. Auf Wiedersehen. Ernsthaft? Ein grüner Sockel in den Latschen? Ist doch alles nicht warm. Ist doch alles nicht warm. Okay, kann das Ding was? Nee, irgendwie eher nicht so. 13, 11, 11, 14, 13, nein. Weg, also. Du wahrscheinlich auf jeden Fall weg. Ja, ja, ja. Du auch weg, du warst auch nicht so toll, ne? Ja, ja, richtig. Warum genau habe ich dich dabei? Auch weg. Äh, auch weg. Ja, und dann habe ich eigentlich auch nur noch kleinen Kram. Danke, das weiß ich inzwischen. Habe ich Duel Strike schon. Ich bin mir nicht... Habe ich das hier irgendwo rumliegen? Was bist du eigentlich? Ach, blind. Ähm, ja, nee. Cleave, Cleave haben wir aber, oder? Kein Cleave hier rumliegen? Echt nicht? Verrückt. Na, dann behalten wir den mal. So, und das kommt auch noch rüber. Und dann gehen wir mal wieder zu meiner Lieblingslady. Hi. General Adis hat die Mördering. Egal wie schönes Arbeit. In seiner eigenen eigenen Weise. Num-num's time, mein kleiner Rapture. Habe ich noch nie zu Ende des Weltes bevor, mein King? fragte der Blackest Monkey. Nein, ich habe nicht. Realisiert der Monkey King. Es ist meine Grund, zu gehen, wo du gehst. So, be where you be, my King. Concludiert der Blackest Monkey in eine Weise so warm and welcoming as Death. Do you know who wrote that? Not a cockroach? Dynamo, what are you? Victorio Navalius. The People's Poet of Sarn. He was my friend. And I betrayed him. Took his love and burned it before his eyes. Now I am betrayed. My heart burned black by the one man I loved. Malachi. Verdient hast du es. He's found a new heart, you see. A beast's heart to cuddle up to. To keep him warm and safe at the end of the world. Today, I remind Malachi of his betrayal. Today, it is his turn to burn. Darf ich dich gleich mit verbrennen? Malachi's devices, his creations. He loved them all. Not me. He betrayed me then. Said he loved me. Van said he wanted me to die. He betrays me now. Let me suffer. Let me wither. Am I the one and only mistake that you ever made, Malachi? Yes. That's me. Diala the gemling queen. Malachi's misdemeanor. Make him regret his mistake. Not a cockroach. Tear open the beast's black heart. Rip Malachi from his filthy little nightmare. Cut him. Crush him. Burn him from existence. He deserves no better. And I deserve no worse. No love for me. No love. No love. Me, 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 me. Goodbye. Meine Güte. Ist diese Frau anstrengend. Oh. Ganz ehrlich, bevor ich da reingehe, brauche ich einen Schnaps. Nein, Quatsch. Brauche ich auf jeden Fall aber erstmal eine Pause. Oh Gott, das ist auch Level 1. Ja, okay. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall noch auf jeden Fall für eine eigenständige Folge erreichen. Und wahrscheinlich werde ich unfassbar verrecken. Ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe, ihr seid bis dann. Ihr seid dann, nicht bis dann. Ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Ja, ciao. Und bis dann. Vielen Dank.